Guten Morgen meine Lieben, ein neues Tagesorakel steht an. Nach dem Intro schauen wir rein. Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben, ich hoffe ihr habt gut geschlafen, ich hoffe ihr kommt gut in den Tag und wenn ihr das hier abends anguckt, wünsche ich euch auf jeden Fall auch einen schönen Abend. Und wir gehen heute natürlich wieder in die Highlights der Liebe, des Berufes, natürlich auch des Tages. Ich hoffe natürlich, dass es euch wundervoll geht. Ich denke mal jeder von euch hat jetzt mittlerweile mitbekommen, dass ihr eine Mitgliedschaft abonnieren könnt. Die Mitgliedschaft bringt sehr sehr viele Vorteile für euch, für ganz wenig Geld pro Monat. Da seid ihr live dabei, einmal monatlich bei einer Zeremonie für die Liebe, für die Blockadenlösung etc. pp. Jeden Monat was anderes. Und es gibt zwei bis drei Livestreams nur für Kanalmitglieder, wo man dann auch eine tiefgehende Antwort mal bekommt und nicht so wie im Stream manchmal einfach zack, 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 sondern dass man sich da auch dann die nötige Zeit für nimmt. So, das Schöne an der Sache ist, dass es da noch viel viel mehr Bonusangebote gibt, zum Beispiel extra Rabattangebote für den Shop. Ihr findet ja hier Pendel, Armbänder, hier das neue Armband für die Herren ab dem 15. So, auf jeden Fall alles handgefertigt, alles deutsche Qualitätsware, kommt nichts aus China. Ich wünsche euch damit auf jeden Fall viel Spaß. Schaut einfach mal vorbei im Shop. Aber jetzt schauen wir in unser Tagesorakel. Es ist Dienstag, wir haben den 9. Juni. Und ja, wir fangen doch mal schön mit der Liebe an, würde ich sagen. Oh, da haben wir auch schon eine positive Karte. Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. So, hoffen wir mal nicht, dass es ein Ex-Partner ist, denn ich denke, diese Tortur war schon des Öfteren da. Aber es wird tatsächlich ein Ex-Partner sein, der dich wieder vor eine Lernentscheidung bringt. Gehst du jetzt in die Versöhnung hinein oder wendest du dich ab? Bleibst du in deinem Stursinn da? Also es ist auf jeden Fall jemand, mit dem du gar nicht rechnest, wo du aber sehr, sehr große Gefühle zu hattest. Vielleicht auch nur energetisch im Kopf da, aber du kannst dich heute entscheiden in der Liebe. Gehst du neue Wege? Vertraust du dir selbst? Oder bist du wirklich der Annahme, dass du immer noch in der Vergangenheit hängst? Weil hier bist du noch ein bisschen festgehangen. Aber du hast die wundervolle Wirkung der Veränderung heute bei dir, auch die Kraft der Veränderung und auch das Handeln der Veränderung. Und da musst du dich heute entscheiden. Heute zeigt sich wirklich auf, ob du in der Liebe bereit bist, wirklich in die Liebe zu gehen oder ob du noch an alter Liebe festhältst. Für mich kann die Versöhnung hier mit dir selbst kommen, weil es einfach dafür gemacht ist, deine Selbstliebe auch zu steigern. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Es ist immer eine schwere Aufgabe. Ja, wir schauen in Beruf und Finanzen hinein. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich immer über Kritik. Ihr könnt auch gerne Wunschorakel kommentieren, was ihr gerne sehen würdet. Ich bin für alles offen und vielleicht ist auch morgen schon dein Orakel hier zu sehen. Wir haben in Finanzen und Beruf Avatar Sora. Das Licht ist in dir, konzentriere dich ganz auf deine Strahlkraft. Das heißt, dass heute sehr, sehr viel von dir ausgehen wird. Und ja, hier geht es Richtung Berufung. Also heute im Beruf bist du sehr, sehr mit Herz unterwegs. Das merkt man auch. Du ziehst heute auch die positiven Dinge heran. Du wirst heute auch erkennen, dass du im Geben wie auch im Neben ausgeglichen bist. Hier ist der Einklang da. Ganz, ganz klar die Herzstärke, wo dich führt, wo dich leitet, wo dich heute durch den Tag begleitet. In den Finanzen kommen noch mal ganz kurz Altlasten auf. Aber die ziehen gar nicht an dir, weil du gelernt hast. Finanziell kannst du heute auch gerne Geld ausgeben, ohne dir Sorgen zu machen. Der Geldfluss bringt es dir wieder zurück. Und das Highlight des Tages, da haben wir Engel Teresa. Zeit zum Ausspannen. Du hast dich dauernd um alle anderen gekümmert. Jetzt ist es an der Zeit, innezuhalten und für dich selbst zu sorgen. Ja, das ist auch ganz wichtig heute für die Selbstliebe, wie wir schon gesagt haben. Wir haben hier den doppelten Sarg liegen heute. Der doppelte Sarg ist eine Veränderung, die wirklich da sein muss. Also wenn er in der Liebe liegt und im Highlight des Tages, in der Emotionswelt, wo der Neuanfang da liegt, also die doppelte Abänderung, dann sollte die Entscheidung wirklich gefallen sein, dass du heute bei dir die Energie behältst und für dich was Gutes tust. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass du erkennst, dass Energie schon gegeben werden darf und man darf auch gerne für andere da sein. Aber man sollte sich selbst niemals vergessen und das darfst du heute tun. Du darfst heute dich in den Mittelpunkt stellen und deinen Selbstwert mal ganz, ganz hoch pushen und deine Emotionen sortieren, sodass für dich der Neuanfang wirklich auch geschehen kann. Wenn du da ein bisschen Unterstützung brauchst, kannst du gerne auch mich um Rat fragen oder eine Energiearbeit. Natürlich auch kannst du mit den Heilsteinen arbeiten, die findest du im Shop. Du findest auf jeden Fall jeden Link unten in der Infobox. Schau doch einfach mal vorbei. Ich wünsche dir alles Gute, einen wundervollen Tag und bis heute Mittag vielleicht.